In der heutigen XXL-News-Folge geht es um. ServusTV bekommt ab 2021 Formel-1-Rechte. Ferrari zieht Ungarn-Updates vor. Geht Andy Cowell Richtung Aston Martin. Fernando Alonso kehrt 2021 zu Renault zurück. Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu den News. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, nun ist es offiziell. Der Red Bull-Sender ServusTV bekommt ab dem kommenden Jahr die Formel-1-Rechte. Aber nicht nur dieser Sender darf die Formel-1 kostenlos und in Österreich senden, sondern auch weiterhin der ORF. Bis einschließlich 2023 werden sich die beiden Sender mit den Formel-1-Rennen abwechseln, abgesehen vom Österreich-Grand Prix, da werden beide gleichzeitig das Rennen senden. ServusTV hat ein Lizenzpaket von Liberty Media erworben, welches neben den Live-Rechten ausführliche Highlight-Zusammenfassungen sowie die Rechte für Online und Mobile umfasst. Aber nicht nur die Formel-1 wird ServusTV ab 2021 übertragen, sondern auch die MotoGP und die Superbike-WM. Seit Jahren denkt der Red Bull-Sender darüber nach, die Formel-1 zu senden, gerade wegen der Rennstrecke, Zwei-Teams und dem Hangar 7, wo dieses Jahr das AlphaTauri-Team ihren Boliden präsentiert hat. Entscheidend waren wohl die beiden Grand Prix, die in Spielberg stattfinden sollten, wo auch Red Bull dazu beigetragen hat. Das hat auch mit dem Eindämmen von millionenschweren Verlusten für die Formel-1 zu tun. Doch was der Sender für die Rechte bezahlt, ist unbekannt. Was haltet ihr von den Nachrichten für den österreichischen Sender und werdet ihr euch die Rennen auf ServusTV angucken? Schreibt es in die Kommentare. Ferrari hat am vergangenen Wochenende eine Katastrophe erleben müssen und das trotz des zweiten Platzes von Charles-Eclair. Die geplanten Aero-Updates für den Ungarn-Grand Prix am nächsten Wochenende sollen dieses Wochenende kommen. Das hat Luis Camilleri angemerkt, bestätigt ist aber noch nichts. Vettel hat auch nach dem Rennen am Sonntag erklärt, dass er das Auto bereits am Samstag nicht mehr wiedererkannte und er sich am Sonntag nicht nur weggedreht hatte, sondern auch mit den Boliden zu kämpfen hatte. Andy Cowell, der Mercedes-AMG HPP nach langer Zeit verlassen hat, möchte sich beruflich verändern und eine neue Herausforderung suchen. Was genau, hat er aber nicht verraten. Möglich wäre ein Posten bei Aston Martin, der zur erweiterten Daimler-Familie gehört. Am 26. Mai wurde bekannt, dass Tobias Moers am 1. August den Posten als CEO von Andy Palmer übernehmen wird. Der Erstgenannte war bisher CEO bei Mercedes-AMG. Cowell könnte bei Aston Martin mit seinem Wissen in moderner Motorentechnologie einbringen, denn die britische Automarke hat angekündigt, einen eigenen V6-Motor zu bauen und unabhängiger zu werden. In den Aston Martin-Modellen DBX, Vantage und DB11 steckt zum Beispiel ein V8-Motor von der Marke mit dem Stern drin. Aus Cowells Sicht könnte Aston Martin eine einmalige Chance sein, sich beruflich weiterzuentwickeln und das nicht nur als leitender Ingenieur, sondern als Top-Monager im Automotive-Bereich. Lange Zeit ein Gerücht, seit heute offiziell. Fernando Alonso kehrt 2021 in die Formel 1 zurück und das mit dem Team, mit dem er 2005 und 2006 zweimal Weltmeister geworden ist. Das hat das französische Team heute bekannt gegeben. Der mittlerweile 38-Jährige hat für die Franzosen insgesamt 17 Rennen in sechs Saisons gewonnen und ist 2018 im McLaren das vorerst letzte Rennen in einem Boliden gefahren. Nach zwei Saisons Pause wird der Spanier 2021 sein Comeback an der Seite von Esteban Ocon feiern. Bereits am Montag gab es auf Twitter einen Tweet von der spanischen Journalistin Naomi de Miguel. Darin hieß es, dass ihr mitgeteilt wurde, dass Renault eine offizielle Ankündigung plant und Serial-Abitabol-Mechanikern, die über 15 Jahre dabei sind, mitgeteilt habe, dass sie bereits mit ihm zusammengearbeitet haben. Bereits vor zwei Monaten war der zweifache Weltmeister eine Option. Außerdem ist für morgen noch eine Bekanntgabe angesetzt, was genau, ist jedoch nicht 100%ig bekannt, es könnte sich aber um die Fahrerpaarung für 2021 bei Mercedes handeln. Wenn ich es weiß, pinne ich meinen Kommentar oben an. Jetzt würde mich mal eure Meinung zu Alonso und Renault interessieren. Glaubt ihr, dass das der richtige Schritt ist oder denkt ihr genau andersherum? Schreibt es in die Kommentare. Kommen wir zu Mikes Meinung. Freut mich für ServusTV, dass sie den Zuschlag bekommen haben. Ich hatte aber auch damit gerechnet. Ich bin echt auf die besagten Ungarn-Updates bei Ferrari gespannt, denn noch so ein Rennen möchten sie nicht erleben. Es wäre nur klug, diese Updates vorzuziehen, wenn es zeitlich machbar ist. Es freut mich echt für Fernando, dass er wieder in der Königsklasse fährt. Er hat die nötige Erfahrung, um Renault zu helfen. Vielleicht halten einige von euch es für dumm, ihn statt einem Formel-2-Fahrer wie Sue oder Lundgart in einem Formel-1-Cockpit zu setzen, aber deren Zeit wird auch noch kommen, da bin ich mir sicher. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von lollegend884 und er hat eine Frage zu meinem Setup. Er fragt, mach weiter so, eine Frage habe ich. Ist dein Mikrofon in deinem Sichtfeld, also siehst du von dem Formel-1-Game weniger durch das Mikrofon oder stört es dich nicht? So wie du es da im Video siehst, ist es nicht so wie beim Stream. Dort habe ich das Mikro bzw. den Mikrofonarm an der rechten Seite angebracht, damit ich auch den Chat sehen kann. Stören tut es mich nicht. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.